In diesem Video zeige ich euch, was Schleifen sind und stelle euch die wild-Schleife vor. Wenn man ein Array hat oder eine Liste von Elementen und man möchte dieses Array oder diese Liste verarbeiten, dann muss man Element für Element abgehen. Es gibt keine Möglichkeit, die komplette Liste auf einmal zu verarbeiten, man muss das Element für Element machen. Wenn euer Programm über ein Array, über eine Liste drüber läuft und Element für Element verarbeitet, dann heißt das Ganze iterieren. Euer Programm iteriert über die Liste, über das Array. Iterieren oder Iteration kommt aus dem Lateinischen von wiederholen. Und da seht ihr schon, worauf es in diesem Video hier hinausläuft. Es geht um Programmkonstrukte, die bestimmten Code immer wieder wiederholen. Also, wie machen wir das? Öffnet wieder eure Konsole. Wir legen uns mal ein Beispiel-Array an, eine Variable, die ich mal Array nenne. Und wenn ihr das letzte Video gesehen habt, da habe ich immer als Beispiel mit dem Cast von das schweigende Lämmer gearbeitet. Das mache ich jetzt hier einfach mal auch. Das heißt, ich erstelle mir ein Array mit den Elementen, mit den Strings Anthony Hopkins, Lawrence A. Bounet, Kasi Lemmons oder keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird und Jodie Foster. Und das sollte jetzt fürs erste Mal reichen. Das heißt, wir haben jetzt ein Array mit insgesamt vier Elementen. Und ich möchte jetzt alle Elemente zu einem String zusammenfassen, wobei jedes Element vom anderen durch ein Komma und ein Leerzeichen getrennt ist. Das ist das, was ich am Ende des letzten Videos auch schon vorgestellt hatte. Wir kennen inzwischen Funktionen und wir wissen auch, wie diese Funktionen arbeiten, wie die funktionieren und wir wissen, dass sie sich selbst aufrufen können. Rekursionen also. Und das können wir verwenden und ich mache mal einen sogenannten ResultString, eine Variable, die ich resString nenne und die setze ich mal auf einen leeren String und dann schreibe ich eine Funktion, die ich Iterator nenne oder Iterator im Englischen und die hat den Parameter I, der halt dann für Iterator steht und in der Funktion sagen wir, wenn I kleiner als die Gesamtzahl der Elemente im Array ist, dann soll zu diesem ResultString die Stelle I im Array hinzugefügt werden, zusammen mit dieser Trennung Komma und Leerzeichen. Anschließend soll die Funktion Iterator-Iterator nochmal aufgerufen werden, aber dann mit plus plus I. Wenn ihr euch erinnert, plus plus war der sogenannte Increment-Operator und der hat eins zu dem Wert hinzuaddiert, auf den er angewendet wurde. Das heißt, in diesem Fall wird hiermit eins zu I hinzuaddiert. Also wir könnten auch I plus eins schreiben in diesem Fall, aber ich möchte, dass ihr euch jetzt an diesen Anblick dieses Increment-Operators gewöhnt, denn der wird euch ab jetzt öfter begegnen. Wir definieren diese Funktion und rufen die mit dem Index 0 auf. Führen wir das also mal aus und gucken jetzt in den ResultString und tatsächlich, jetzt steht da jedes einzelne Element des Arrays drin, zusammen mit der Trennung Komma und Leerzeichen. Falls ihr jetzt nicht sofort verstanden habt, wieso das funktioniert hat, denkt nochmal nach, geht mal den Code durch und versucht es selbst zu erarbeiten, ansonsten zeige ich euch das jetzt nochmal. Wir haben die Funktion Iterator aufgerufen und ihr den Parameter 0 übergeben. Das heißt, i war jetzt zuerst 0. Dann wurde die Funktion durchlaufen und es wurde geguckt, ist i, also ist 0, kleiner als die Gesamtzahl der Elemente im Array, also kleiner als ArrayLength? Das war hier unser Array. Es hatte vier Elemente, das heißt, es wurde geguckt, ist 0 kleiner als 4? Ja, das ist es. Das bedeutet, wir sind dann in das if gegangen, also in den Code, der davon abhängig war, der dadurch bedingt war und jetzt sollte das Element, das im Array an dem Index i ist, also an dem Index 0, zusammen mit einem Komma und einem Leerzeichen dem ResultString hinzugefügt werden. An der Stelle 0 ist Anthony Hopkins und das wurde kombiniert mit dem Komma und dem Leerzeichen und das wurde dem ResultString, der jetzt bisher noch leer war, hinzugefügt. Dann ging es weiter, es wurde plus plus i gerechnet, also 0 plus 1, was 1 ergibt und damit wurde die Funktion Iterator nochmal aufgerufen. Und jetzt wurde das Ganze wieder durchlaufen. Ist i kleiner als ArrayLength, also immer noch 4? Also ist es kleiner als 4? Ja, das ist es. Und es ging hier rein, ArrayE, also Array1 jetzt in diesem Fall, ist Lawrence A. Bounet, das wurde mit dem Komma und dem Leerzeichen kombiniert und dem ResultString hinzugefügt. Plus plus i, also plus plus 1, ist 2 und damit wurde die Iterator-Funktion schon wieder aufgerufen. Ist 2 kleiner als ArrayLength, also kleiner als 4? Ja, das ist es. Also sind wir in den Code gegangen, haben geguckt, was an dem Index 2 im Array ist und das ist KasiLemons. Und das wurde mit dem Komma und dem Leerzeichen kombiniert und dem ResultString hinzugefügt. Und es ging weiter, plus plus i, also plus plus 2 inzwischen ergibt 3 und damit wurde die Funktion nochmal aufgerufen. Und es wurde geguckt, ob 3 kleiner als 4 ist. Ja, das ist es. Das wurde nochmal durchgegangen und jetzt sind wir schon bei Jodie Foster und das wurde dem ResultString hinzugefügt. Und das Ganze wurde mit 4 aufgerufen und ist 4 kleiner als 4? Nein, das ist nicht der Fall. 4 ist nicht kleiner als 4. 4 ist gleich 4, aber nicht kleiner als 4. Das heißt, jetzt wurde der Code umgangen und der Code anschließend ausgeführt, wenn da welcher wäre. Es ist aber da kein weiterer, also ist die Funktion zu Ende gewesen und dadurch war der ResultString fertig. So hat das Ganze also funktioniert, das ist im Hintergrund abgegangen und ihr habt schon bemerkt, da wurde der Code immer und immer wiederholt. Das wäre lästig, wenn man das per Hand machen müsste und deswegen so wird das Ganze also vom Computer aus gemacht. Schreiben wir das Ganze mal als eigene Funktion. Ich nenne die Funktion mal join und man kann dieser Funktion ein Array übergeben und man kann angeben, wie die einzelnen Elemente des Arrays zusammengefügt werden sollen oder halt was zwischen den Elementen stehen sollen, also das, was hier Komma und Leerzeichen ist. Und diese Funktion erstellt intern eine Variable ResultString und dann führt sie intern diese Iteratorfunktion aus, rücke ich das mal alles hier schön ein, damit das ordentlich aussieht, ruft dann diese Iteratorfunktion selbstständig intern auf. Übrigens hier könnt ihr jetzt auch sehen, was ich schon mal in dem Video zum Thema Funktion gesagt habe, man kann innerhalb einer Funktion eine weitere Funktion schreiben. Und schließlich gibt sie den ResultString zurück. Jetzt müssen wir nur noch die Variablen hier so umbenennen, dass die Parameter genommen werden. Und ich gucke mal, ob es funktioniert. Ich schreibe join, also ich rufe die Funktion join auf, übergebe ihr das Array und möchte jetzt mal, dass ein senkrechter Strich zwischen den einzelnen Elementen steht. Ich führe es aus und tatsächlich jetzt steht zwischen den einzelnen Elementen hier ein senkrechter Strich und das komplette ist ein String, der zurückgegeben wird von der join-Funktion. Eventuell habt ihr schon bemerkt, dass hier am Schluss immer noch so eine Trennung steht und die ist natürlich jetzt nicht unbedingt so schön, hier oben auch bei dem Komma, aber wir können das Ganze umgehen. Wenn ihr jetzt noch nicht wisst, wie man das machen könnte, probiert's erstmal selbst aus, pausiert dieses Video an dieser Stelle, ansonsten zeige ich es euch jetzt. Was gibt es jedes einzelne Element des Arrays in dem String, aber worauf wir verzichten wollen, ist auf die allerletzte Trennung am Schluss. Das heißt, wir müssen in jedem Fall zum Result-String die jeweiligen Elemente des Arrays hinzufügen. Aber dann gucken wir, wenn i kleiner ist als index-Array oder rLength-1, rLength-1 wäre der allerletzte Index im Array, dann soll zum Result-String noch der Delimiter hinzugefügt werden. Aber falls i der allerletzte Index im Array ist, also falls wir hier beim letzten Element im Array sind, dann soll dieser Code nicht ausgeführt werden, das heißt, dann soll kein Trennstrich, Trennung am Schluss noch hinzugefügt werden. Rufen wir join jetzt nochmal auf und jetzt sehen wir, wir haben zwischen den Elementen einen Trennstrich, aber nicht mehr am Schluss. Was ihr hieran seht, ist, dass ihr Rekursionen nutzen könnt, um solche Iterationen, um solche Wiederholungen durchzuführen. Allerdings gibt es auch bestimmte Code-Konstrukte, die speziell für diese Aufgabe gemacht worden sind. Und die sind halt dadurch dementsprechend viel einfacher zu benutzen als Rekursionen. Und diese Code-Konstrukte heißen Schleifen. Es gibt verschiedene Arten von Schleifen und ich werde euch jetzt zuerst die while-Schleife vorstellen. While ist Englisch für während oder aber auch solange. Und die while-Schleife führt Code solange aus, solange eine Bedingung wahr ist. Wie auch beim if kann man die while-Schleife mit einer einzelnen Anweisung ausführen, ohne die geschweiften Klammern zu setzen, aber muss sie setzen, wenn man mehrere Anweisungen ausführen möchte. Aber wie auch beim if, empfiehlt es sich einfach generell immer, die geschweiften Klammern zu setzen. Wir können jetzt unsere join-Funktion so umschreiben, dass wir eine while-Schleife nutzen, statt diese Rekursion hier. Das, was hier bisher beim if ist, können wir zu einem while machen. While i kleiner als rLength, also ArrayLength. Dann soll i zum ResultString hinzugefügt werden und falls i kleiner ist als rLength-1, soll auch der Delimiter hinzugefügt werden. Das heißt, dieser Code kann bleiben, wie er ist. Dadurch, dass wir die Iterator-Funktion jetzt aber nicht mehr haben, können wir die auch nicht mehr aufrufen. Das heißt, plus plus i bleibt dann als einzelne Anweisung stehen. Auch hier unten haben wir nicht mehr die Iterator-Funktion, aber irgendwo müssen wir ja mit 0 starten und deswegen definieren wir i hier oben als eigene Variable. Wenn wir wollten, könnten wir das hier noch alles einrücken, damit das alles noch besser ersichtlich wird und dadurch sehen wir, dass hier zum Beispiel noch die geschweifte Klammer zu viel ist von der Funktion, die davor war. Definieren wir jetzt mal die Funktion join so und rufen die jetzt nochmal auf. Diesmal nehme ich mal ein Leerzeichen und zwei Dollarzeichen und ein Leerzeichen als Trennung. Einfach mal so zum Test. Und wie ihr seht, es macht genau dasselbe. Es führt zum Ergebnis, es führt zum Erfolg, aber ihr seht auch, wir haben es im Grunde vereinfacht. Wir brauchen jetzt keine weitere Funktion, wir brauchen jetzt keine eigene Iterator-Funktion. Wir brauchen dann in der Iterator-Funktion auch kein eigenes if. Wir können dann einfach dieses while statt dieses ifs nutzen. Auf die nächsten Schleifen gehe ich im nächsten Video ein. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das größte Feld in die Mitte, oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran.